Herzlich Willkommen zurück zu einer Let's Play WeCore, weiter mit meiner Wenigkeit Glabur. So, wir müssen jetzt hier hinten den prismatischen Kern holen. Den haben wir das letzte Mal getötet, statt ihn den Kern zu entziehen. Ich hoffe, dass der noch da ist. Ich hoffe nicht, dass ich diese Aufgaben machen muss, Leute. So, hier unten hatten wir letztes Mal den Boss. Ich hoffe, dass er wieder da ist. Ja, ist er wieder. Ich hoffe, dass er wieder da ist. Oh. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufs Leben geguckt. So eine Scheiße. War dieses Mikrofon irgendwas stimmt mit meinem Ständer nicht? Der rutscht. Okay, nochmal. Wo war das? Hä? Da war doch gerade hier dieser lange Stiel im Weg. Hallo, mein Gott, jetzt hier. Ja. So. So, weiter geht's. Was hältst du denn davon, hä? Oh, Munition erst mal. Und da haben wir ihn. Oh, noch drei. Noch drei Kerne. Okay. Aber hier hinten soll nichts sein. Es ist so unvorstellbar einfach. Findet ihr nicht? Guck mal, hier haben wir sogar einen Teleporter. Guck mal, hier ist Violet. Auf einmal gibt es hier auch Violet. Ach, gucke mal da. Oh, scheiße. Mac, äh, wo, 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 wo ist unser Dekan? Nein. Nein, 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 bin ich doch gar nicht. Geht's dir nicht gut? Hm. Ich weiß, wir müssen eigentlich frismatische Kerne finden, aber, äh, vielleicht finden wir ja hier irgendwas, was interessantes. Weil hier oben ist noch ein Bossfight. Ja. Ach, ne, auch Level 22. Was sind wir noch zu klein für? Aber da oben hingehen möchte ich trotzdem einmal. Und hier schon mal wieder eine Kiste. So. So. Bitte, was Gutes. Wir müssen noch mal wieder ein bisschen mehr gibt, als ich damit rechne. Und dass wir einfach viel zu schnell den Boss gemacht haben. Ah, wir müssen hier hin. So. So. Oh, mal hier hin. Guck mal hier. Hä? Level 22. Sollten wir vielleicht lassen. mal da oben hier leuchtet doch auch noch was und wieder sachen bekommen mega gut einfach mal sonst hier noch irgendwas bis jetzt nicht aber nicht dass wir da oben noch hinkommen das ist zu unrealistisch zack guck mal hier hier haben wir noch was aber leider kann man das ja nicht verstehen ja ja okay ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal da hinten hin was ich da gesehen habe ich bin jetzt neugierig holen wir uns einen dicken drei prismatische kerne brauchen wir noch dann können wir den generator anmachen aber es ist mal angucken das müsste eigentlich auch ein prismatischer kern sein eine kiste aber darum vergessen anscheinend da sieht das denn aus da ist die kiste scheiße das übelste sind alles level 22 also eigentlich haben wir hier null zu suchen null bei welches level sind wir kann man das irgendwo sehen 19 also sind drei level drunter ja eigentlich haben wir hier nichts zu suchen geht das nicht na jetzt kommt auf jeden fall ein boss fight könnte sein dass wir den gar nicht schaffen und Oh shit, son. Oh shit. dann sind wir hin. So. Und da haben wir den nächsten prismatischen Kern. Dann fehlen uns nur noch zwei. Es ist nur Hardcore hier hinten. Noch zwei. Uiuiuiui. Okay. Gehen wir mal weiter gucken, was wir hier noch so haben. Können wir hier überhaupt hin? Oder ist jetzt hier gleich eine unsichtbare Mauer? Da hinten geht es überall noch weiter. Na guckt mal, hier haben wir noch so ein paar Teile. Zack, zack, zack. Hinten geht es auch noch weiter. Da. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Wie gesagt, wir haben ja eh, brauchen eh noch zwei Kerne. Jetzt, um den neuen Ehen-Turm zu öffnen. Da hinten sieht das aus wie wieder so, entweder ein Stein oder wieder so ein Teil. Was mich halt ein bisschen wurmt. Wir waren hier oben gar nicht. Also ich bin jetzt mal der Meinung, wir gehen jetzt hier oben nochmal lang und gucken mal, ob wir noch irgendwas finden, was brauchbares, Leute. Vielleicht haben wir ja Glück. Wer weiß, wer weiß. Mit ein bisschen Glück. Könnte ja sein. Oh, der mich erschrocken legt mich am Arsch. War gerade so mit dem Gedanken. Was, Resistenz? Ich habe doch auf Geld geschaltet. Das ist ein Boss. Der ist komplett Resistenz gegen mich. 26, Leute. Nein, sei gerissen. Bist weg. Ja, aber den können wir gar nicht schaffen. Den können wir nicht schaffen. Ich verpiss mich. Also im Prinzip haben wir hier gar nichts zu suchen. Wenn man jetzt so mal ganz ehrlich ist. Aber wir brauchen halt noch prismatische Kerne. Und so ist es auch möglich. Mhm. Hier oben leuchtet es überall. Deswegen gehe ich hier rauf. Plums. Guck mal da. Und die nächste Kiste gefunden. Und wieder grünes und bla und sylz. Haben ohne Ende neue Sachen. Da hinten hatten wir noch eine Kiste. Steht das an? Hä? Inventar ist voll. Das gibt mir natürlich jetzt schon wieder auf den Tenis. Ich versuche mal in die Kiste zu kommen ohne das Sachen spawnen. Hätte ich auch noch gerne. Weil cool ist, dass wir jetzt wirklich ohne Ende Beine und Kerne und bla bla gesammelt haben wieder. So, dass wir natürlich später wieder genug updaten können. Hoffentlich was Gutes. Und wieder grüne Sachen. Wahrscheinlich für Level 35, 36 oder so. Keine Ahnung. Okay. Weil wir hier noch nirgendwo waren, gehen wir jetzt mal so hier lang. Und gucken, was wir hier noch so finden. Ich sage aber auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.